Da sind wir wieder bei der Episode 3 vor den New Game Plus. Es geht einfach darum, mal auch, ich habe mir auch vorgenommen, das Ende, also bis zum Ende das durchzuspielen und einfach mal zu sehen, wie das wäre, wenn wir kämpfen würden. Deswegen mache ich das Ganze auch. Wir haben die Frage, ist Lupe Flores funding die Brigades, oder vice-versa? Es gibt keine Wahrnehmung zu sagen, aber ich werde weiter schauen. Yesterday, ich hatte die Honour zu interviewen die Minister der Öl, während der Öpeningen Ceremonie für eine neue Pump. Ich zeige Ihnen das Interview, morgen. So tune in as our Minister reveals the secrets to our flourishing economy. Security at the border has been elevated after a teen was caught, trying to cross hidden in the back of a commercial truck. The teen, as well as the truck driver, have been arrested. Now, let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. In a nutshell, voting for Flores equals voting for violence. Don't vote for violence, vote for Tyrak. As you know, the Sonya show is very concerned about our youth, who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Remember, if you have any information, please call the Sonya hotline. Don't vote for it. Take a good hard look. Ich werde sie nehmen. Bei ihnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mädchen oder ein Junge ist. Mal gucken, was jetzt passiert. Tankstelle sind hier. Ach, krass. Da sind wir direkt hier gelandet. Okay. Ähm, was geht? Geht es dir gut? Wer? Warum sollten sie das tun? Wie kann ich helfen? Ich werde es machen. Zumindest werde ich es versuchen. Gas abzapfen? Hm. Da schaue ich mich mal erstmal wieder um, bevor ich überhaupt irgendwas mache. Das werde ich später machen. Nicht, dass sie mich noch ansprechen. Ja, ja, ist ja gut. Ähm. Aber das können wir vandalieren. Irgendwann sind wir da greifen? Ja, wir können das auch noch abzapfen. Stimmt. Ähm, vandalieren. Ach, guck mal, vielleicht finden wir was im Müll. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Ah, ein paar Dollar gefunden. Ja, ein paar Dollar sind ja nicht so verkehrt. Äh, was haben wir denn noch? Hintereingang haben wir nicht. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, da haben wir den Schlauch. Die können wir auch nochmal nehmen. Telefonkastenschlüssel haben wir auch. Ähm. Ich glaube, wir gehen dann diesmal alle Vorkehrungen ab. Wir haben ja genug Geld. Ähm. Moment. Wofür Streichhölzer, frage ich mich gerade. Ich kann das Gas abzapfen. Können wir irgendwas anzünden? Ah. Ah, würden doch schon drei Dollar liegen. Benzin kaufen. Achso, ich könnte auch Benzin kaufen. Aber sind frei. Alles gut, Sir. Ich hab, äh, nur meine Kunst freien Lauf gelassen. Ähm. Haut auf, oder? Radio-Emmeter. Geldautomat. Ähm. Streichhölzer kaufen? 9-6-1-2-2. Was ist denn, wenn man den anruft? 9-6-1-2-2. Haben wir den? Ach, der funktioniert gar nicht. Okay. Joa, ähm. Machen wir das mal. Warte. Don't, don't swallow any. Okay, die sitzen da noch. Come on, baby. Light my fire. Benzinkanister voll mit Benzin. Okay. Jetzt frage ich mich, was wir damit machen können. Das war nämlich ein Weg, den wir nicht gemacht haben. Wir haben letztes Mal den Schlüssel genommen und sind direkt da reingekommen. Kann ich jetzt irgendwas anzünden? Öffnen? Können wir... Nee, das können wir hier nicht anzünden. Aber ich frage mich jetzt echt, was ich anzünden kann. Erstmal zumachen. Oder kann ich hier ein Feuer legen oder sowas in der Richtung? Nee, hier kann ich kein Feuer legen. Ach wie, irgendwas müssen jetzt die Streichhölzer und sowas alles gut sein. Ähm, okay, den werde ich noch nicht nehmen. Können wir den Wagen anzünden vielleicht? Nee, das können wir auch nicht. Nee, den können wir nicht nehmen. Hm. So, was haben wir denn? Wir haben das. Ähm, öffnen. Zerreißen, hacken. Aber was können wir denn jetzt mit dem Feuer machen? Wir haben Benzin. Können wir die auch noch irgendwie zusätzlich ablenken, indem wir was anzünden? Ich brauche den Polizei-Wagen-Schlüssel, damit ich den halt öffnen kann. Aber ich würde schon ganz gerne wissen, was ich anzünden kann. Oder kann ich irgendwie zusätzlich eine Ablenkung verursachen? Ah. Ah. Feuer anzünden, okay. Jetzt brennt das alles. Dann sind sie da abgelenkt. Okay, jetzt gehen wir mal hier rum. Ich werde wahrscheinlich wieder verabredet. Ja, das dachte ich mir aber schon. Aber wir wissen ja schon, wie das endet. Hm. Ich weiß. Ich bin auch ein Grenzüberquerer. Please don't hate me. It's not my fault, okay? Ähm. Was passiert jetzt? I'll go back to my father. Was ist mit mir? To jail. And possibly. Ah, das... Ja, das dachte ich mir. Ich habe solche Angst. Ich werde es versuchen. Okay. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Und wenn du aufzunst, ich werde es wissen, was zu tun. Okay? Okay. Ich werde es ein bisschen ayaan machen. Um... You hear that? Siegurin, help! Woah! Oh, sie gehen. Aber sie werden zurück. Und mit Freunden. Glücklich, dass wir ihre Kommen unterliegen. Checkt die Van. Die Mädchen muss drin sein. Der auch hier war. Wer seid ihr? Können wir gehen? Ähm... Sie sind wegen die hier. Du hättest dasselbe für mich getan. Hättest du. Ähm... Mach's gut, sorry. Ja, da müssen wir jetzt laufen. Aber das war ja abzusehen, dass wir jetzt, äh... Sorry, das letzte Mal wiedersehen werden. Äh, ne, das vorletzte Mal wiedersehen werden. Ach, guck mal, wen wir jetzt treffen. Ich hab ne Vermutung. Alex. Jetzt treffen wir das erste Mal auf Alex. Können Sie mich hören? Was ist das? Ja, komm, wir können uns bestimmt gegenseitig helfen. Ähm, du hast Alex kennengelernt. Äh, klar, kein Problem. Herr Ursus hört mich nicht gut. Wenn ich die Böse lasse, wird er sich aufhalten. Ich weiß es. Wer bist du zu? Nicht schweißen, Herr Yu. Es ist nur ein Hitchhiker. Ähm... Was soll ich machen? Gehe diesen Computer. Ich schaue einen Metalldetektor auf. Schaue den Boden nahe der Polen dort. Okay. Es sollte ein paar schlafen, um die Boxen zu öffnen und die Linie zu öffnen. Petriarch.com schaue ihre Zeile, wie ein Hund schaue ein Böse. Toll. Ah, guck mal, da haben wir die schon. Ah, ich frage mich gerade. Ah, guck mal, ob wir noch ein bisschen mehr finden. Ja, genau, da ist die große. Ah, finden wir noch ein bisschen Kohle vielleicht? Ne, ich glaub nicht. Ne, da findet er nichts mehr. Okay. Wobei... Ich geh da auch noch mal ein bisschen am ganzen Ende hin. Ne, da findet er nichts mehr. Ah, wir haben jetzt ein bisschen Kohle gefunden. Das ist ja, wir haben jetzt etwas. Ach, guck mal, der hat noch was. Ach so, wir haben jetzt alles gefunden, was man hier finden kann, okay. Ach so, wir haben jetzt alles gefunden, was man hier finden kann, okay. Okay. Ah, ja, okay. Aber das ist wirklich vegan. Ja, wir wissen ja leider, was passiert ist. Ja, komm, wir gehen auch zu Alex rüber. Alles in Ordnung? Ich bin gut. Ich bin einfach ein bisschen frustriert. Warum bist du auf der Straße unterwegs? Oh, tut mir leid zu hören, dass sie gestorben sind. Danke. Meine Mutter, ich meine adoptive Mutter, hat gesagt, ich könnte nichts finden. Aber ich glaube nicht, dass ich sie nicht glaubte. Wo ist dein Auto, Tiefmutter? Sie ist nach Hause. Oder auf der Straße, ihren Job zu machen. Komm mal. Wir warten auf die Reine in der Bühne. Ja, wäre besser. Dann holen wir uns noch mal weg. Ähm, vielleicht rufst du deine Mutter an. Ich... Ich weiß nicht. Sag ihr, dass es dir gut geht. Ja, ich glaube, du bist richtig. Precinct 22, Officer Fanny. Hallo? Alex? Ist das du? Ja. Es ist mir. Ist alles okay? Was soll ich sagen? Ähm... Sagt, dass alles in Ordnung ist. Und alles ist okay. Ich wollte nur... ...zurechnen. Hast du genug zu essen? Du bist, oder? Und du kannst zurück, wenn du willst. Du weißt das. Ähm... Sagt, dass du genug bist. Ja, ich habe genug zu essen. Danke. Ich... Ich hoffe, du findest, was du recherchst. Ich vermisse dich, Alex. Sag ihr, dass du sie auch vermisst. Ich... Ich vermisse dich auch. Schau. Ich sollte gehen. Oh. Schon? Jetzt hört er mir nicht auf zu regnen. Ähm... Ähm... Sag ihr, dass du sie bald wieder anrufen wirst. Ich helfe gerne. Die Piotoste werden immer heftiger. Ähm... Ich hoffe nur, dass... Es ist gut für Flores. Eigentlich könnte ich auch mal einen anderen Weg gehen. Geht weg. Es gibt eine Serialbar in meinem Bag, wenn du willst. Du siehst, du wirst wunderschön. Oh! Und ich kann dich auch ein Taxi nennen. Ich habe mich in ein Happy Taxi hackt. Weil ich kann. Und habe einige freie Fahrradvoucher bekommen. Wobei erstmal, die müssen die Riegel nehmen. Ähm... Ein Taxi wäre super. Es ist so gut wie fertig. Und gute Glück auf deiner Reise, Yo. Ich hoffe, du bist 96. Danke. Äh, dir auch. So, während wir jetzt auf dem Taxi fahren, wahrscheinlich wieder unseren guten Jared treffen. Äh... Denke ich mal, dass wir ihn jetzt treffen. Gut, ich freue mich, wenn die nächste Folge dann wieder einschaltet. Wir haben ja noch ein paar Kilometer vor uns jetzt. Ich denke mal, wir werden auch wieder sieben Episoden vor uns haben, leider. Aber wie man sehen kann, haben wir noch ein paar Prozent vor uns. So. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sage, bis zur nächsten Folge. Ciao!